Die Schweiz gilt als Wasserschloss von Europa. Und zwar nicht nur, weil wir viel Wasser haben, sondern auch weil wir ein besonders gutes Wasser haben. Wir können überall vom Hanne trinken. Und genau das ist gefährdet. Unsere Trinkwasserreserven sind immer wie mehr belastet mit Pestiziden, verschmutzt mit Pestiziden. Und ich will das eigentlich nicht. Ich will das in Zukunft und meine Enkelinnen und Enkeln auch vom Hanne trinken können. Ich bin 24 Jahre alt, Tobias Vögelin, Co-Präsident der jungen grünliberalen Schweiz. Und ich kämpfe auf eine Zukunft, wo eben auch meine Enkelinnen und Enkeln gut drin leben können. Und darum unterstütze ich auch die Trinkwasserinitiative.